Hey Leute, wie geht's? Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden und seid genauso gut ins neue Jahr gerutscht wie ich. Euch allen wünsche ich ein super tolles neues Jahr 2021. Was die neuen Drohngesetze betrifft, das habe ich ja schon im letzten Video erklärt. In diesem Video zeige ich euch kurz und knapp, wie wir Drohnenpiloten uns registrieren können und wie einfach es ist, den neuen EU-Kompetenznachweis A1A3 zu machen. Los geht's! Dazu gehen wir zuerst auf die Seite des Luftfahrtbundesamts, also auf lba.de. Hier tippen wir jetzt auf Betrieb und auf unbemannte Luftfahrtsysteme. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit uns zu registrieren oder den Kompetenznachweis zu machen. Ich will mich erstmal registrieren und tippe dazu auf UAS-Betreiberregistrierung. Registrierung UAS-Betreiber. Hier haben wir zur Registrierung 6 Punkte. Schritt 1. Benutzerkonto. Um ein Benutzerkonto anzulegen, müssen wir hier unsere E-Mail-Adresse eingeben und ein Passwort festlegen, das wir uns natürlich irgendwo aufschreiben. Und dann drücken wir auf Weiter. Schritt 2. Art der Registrierung. Hier können wir auswählen, ob wir eine natürliche oder eine juristische Person sind, also ob wir eine Privatperson oder eine Firma sind und wo wir unseren Sitz haben. Ich bin eine Privatperson mit Wohnsitz in Deutschland. Auswählen und weiter. Schritt 3. Persönliche Angaben. Hier geben wir also unter Namen und die Adresse ein und tippen auf Weiter. Schritt 4. Identitätsnachweis. Nur UAS-Betreiber. Wer also seine eigene Drohne fliegen will, muss hier jetzt ein Foto von seinem Ausweis oder Reisepass hochladen. Wer nur den EU-Kompetenznachweis braucht, kann diesen Schritt überspringen, aber ich denke die meisten werden ja ihre eigene Drohne fliegen wollen. Wenn wir auf Foto hochladen drücken, können wir entweder ein schon vorhandenes Foto vom Ausweis hochladen oder hier jetzt ein Foto mit der Kamera aufnehmen. Ich habe extra schon ein Foto vom Ausweis auf den Rechner gespeichert, das ich auswähle und auf Weiter drücke. Schritt 5. Versicherung. Auch nur UAS-Betreiber. Wie ihr wisst, braucht man für alle Drohnen eine Haftpflichtversicherung. Wer schon eine Drohnenversicherung hat oder in seiner Haftpflichtversicherung Drohnen mitversichert sind, kann jetzt hier die Versicherungsnummer, die Gesellschaft und den Sitz der Versicherung eintragen. Wer noch nicht versichert ist, diejenigen finden wie immer meine Empfehlung in der Videobeschreibung unter dem Video. Da findet ihr auch den Link für diese Registrierung und für den Kompetenznachweis, den wir gleich machen werden. Wenn wir hier alles eingegeben haben, drücken wir auf Hinzufügen und auf Weiter. Letzter Schritt 6. Abschluss. Wenn wir alles eingegeben haben, können wir jetzt hier die Registrierung abschließen. Hier können wir jetzt jederzeit unsere Angaben überprüfen oder ändern. Und wie wir sehen, ist erstmal die Identitätsprüfung noch nicht abgeschlossen. Das kann jetzt in der Anfangszeit ein paar Tage dauern. Vorher gibt es auch erstmal keine elektronische ID, die wir an der Drohne anbringen können. Aber für die Registrierung haben wir ja noch bis zum 30.04.2021 Zeit. Spätestens dann müssen wir diese UAS-Betreibernummer an all unsere Drohnen anbringen. Solange wir die nicht haben, können wir noch mit einer feuerfesten Plakette an der Drohne mit unserem Namen und Adresse fliegen. Diese brauchen wir jetzt auch für Drohnen unter 250 Gramm wie die Mavic Mini-Serie. Zu den neuen Drohngesetzen habe ich ja gerade einen Film gemacht. Den verlinke ich euch am Ende. Hier noch ein Hinweis. Das heißt, es gibt nämlich zwei verschiedene ID-Nummern. Die Fernpiloten-ID, die wir zusammen mit dem EU-Kompetenznachweis A1-A3 bekommen. Und die UAS-Betreibernummer, was die E-ID ist, die an der Drohne angebracht werden muss. Die beiden sollte man also nicht verwechseln. Und schon geht es hier direkt weiter mit dem EU-Kompetenznachweis A1-A3. Für welche Flüge man den benötigt, hatte ich ja im letzten Film schon erklärt. Für einige Drohnen unter 250 Gramm oder für einige Flüge auf freiem Feld mit 150 Meter Abstand zu Wohn- und Gewerbegebieten ist dieser Schein nicht zwingend nötig. Aber ich empfehle jedem diesen Schein trotzdem jetzt zu machen. Denn noch ist die Registrierung und der Kompetenznachweis zumindest in Deutschland kostenlos. Was sich aber demnächst ändern kann. Und wer wie ich schon etwas mit dem Thema vertraut ist, braucht ca. nur eine halbe Stunde für diesen Schein. Und wie wir den machen, zeige ich euch jetzt. Dazu drücken wir hier jetzt entweder auf diesen Link. Ich zeige es aber auch nochmal von vorne. Auf der Startseite des Luftfahrtbundesamts klicken wir auf Betrieb. Dann auf Unbemannte Luftfahrtsysteme. Und hier finden wir jetzt das Online-Training für Fernpiloten. Wenn das wie bei mir noch so aussieht, tippen wir auf Einstieg. Oben rechts müssen wir uns zuerst einmal mit unserem gerade erstellten Benutzerkonto einloggen. Hier sind jetzt drei Punkte Lernen, Trainieren und Prüfung absolvieren. Wer sich schon mit dem Thema Drohnefliegen auskennt, könnte hier eigentlich gleich auf den zweiten Punkt Trainieren klicken. Allen Einsteigern empfehle ich, sich vorher hier im Punkt 1 Lernen mal durchzuklicken. Denn hier wird man sehr gut auf die Prüfung vorbereitet. Da geht es um das Thema Luftrecht und Sicherheit, menschliches Leistungsvermögen, betriebliche Verfahren und um allgemeine UAS-Kunde. Wenn wir das anklicken, haben wir weitere Unterkategorien, die wir uns sogar teilweise in sehr anschaulichen Videos ansehen können. Auch hier oben unter Einstieg finden wir noch viele wichtige Informationen. Die sind alle freiwillig, kann ich aber jedem Einsteiger ans Herz legen. Wer vielleicht keinen Rechner hat, kann das Training und die Prüfung sogar auch mit einem Tablet oder Smartphone machen. Sobald man also für das Online-Training bereit ist, drückt man auf Online-Kurs, auf Training und auf Trainingsprüfung starten. Jetzt wird es langsam spannend, denn erst wenn wir dieses Training mit derzeit 20 Fragen bestanden haben, sind wir zur Prüfung zugelassen. Aber keine Angst, die meisten Fragen sind nicht so schwer und wir müssen auch nur 75% der Fragen richtig beantworten. Und was noch schöner ist, wir sehen in diesem Training, ob wir die Frage richtig beantwortet haben oder nicht. Hier geht es jetzt also lediglich darum, dass wir uns mal kurz mit dem Thema beschäftigen. Na mal sehen, wie ich mich anstelle, wird bestimmt peinlich, aber ich denke, ich bin bereit. Herzlich Willkommen bei der Trainingsprüfung. Diese Prüfung enthält 20 Multiple-Choice-Aufgaben aus allen Bereichen, die beliebig häufig aufgerufen werden können. Sehr gut, denn man muss also meistens nur, wie bei Wer wird Millionär, die richtige Antwort auswählen. Prüfung starten. Oben rechts startet der Countdown von derzeit 30 Minuten. Links sehen wir, dass wir 20 Fragen beantworten müssen. Und oben können wir jederzeit zu einer falsch beantworteten Frage zurückkehren und wenn wir fertig sind, abgeben. Wir haben also pro Frage anderthalb Minuten Zeit. Ich ziehe das jetzt mal im Zeitraffer mit euch durch. Wer also nicht sehen will, wie du ich mich anstelle, kann gerne etwas vorspulen. Es gibt in diesem Training natürlich viel mehr Fragen. Wenn ihr also dieses Training oder die Prüfung ablegt, werdet ihr also zum großen Teil andere Fragen bekommen. Also, los geht's. Erste Frage. Welche Aussage beschreibt den Begriff situational awareness am besten? Situational awareness am besten. Persönliche Bedingungen wie Müdigkeit oder Stress beeinflussen den URS-Flug nicht. Das wird's wohl eher nicht sein. Die Informationen vom letzten URS-Flug werden genutzt, um sich einen Überblick über die aktuellen Bedingungen zu verschaffen. Einschätzen der Situation anhand des Bauchgefühls für die Durchführung eines URS-Fluges. Oder sich einen Überblick der Gesamtsituation verschaffen und sich dessen bewusst machen, was wahrscheinlich als nächstes passiert. Okay, hier braucht man eigentlich gar nicht die Frage lesen, sondern wenn man sich die Antworten anguckt, dann kommt man schon selbst drauf. Also, hier nehme ich mal D. Dann klicke ich mal die zweite Frage an. Welche Bedingungen können die VLOS-Bedingungen negativ beeinflussen? Ein sich näherndes Gewitter. Klingt gut. Ein großes URS, ein kleines URS oder hohe Wolkenuntergrenzen. Okay, jetzt müsste ich nur wissen, was VLOS sind. Hm, keine Ahnung. Dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich einfach mal das erste anklicke. Ui, falsch. Dann drücke ich nochmal auf die 2 und klicke das zweite an. Oh, richtig, wunderbar. Nächste Frage. Nach dem Start eines URS sollten in einer Flughöhe von etwa 2 Meter folgende Punkte überprüft werden. Die vollständigste Antwort ist korrekt. Okay. Die Telemetrie, würde ich sagen, ja. Verschmutzung am URS. Die Nutzlast, da mache ich mir vorher einen Kopf. Und der Controller, ja. Also, die Telemetrie auf jeden Fall. Verschmutzung am URS, würde ich vorher schon gucken. Die Nutzlast weiß ich auch erst nicht in 2 Metern Höhe. Und den Controller, hm, hat ne, ich probiere mal 1 und 4. Ups, falsch. Nochmal zurück. Na toll, von 3 Fragen schon 2 falsch. Dann nehme ich mal noch die Nutzlast mit rein. Okay. Na bitte. So, nächste Frage. Wer ist für die sichere Flugdurchführung verantwortlich? Die sichere Flugdurchführung? Na, Eck, oder? Flugsicherung? Nö. Fernpilot? Tin? Richtig. Manchmal braucht man sich die weiteren Fragen gar nicht durchlesen. Und der Luftrisiko ist zu verstehen, wenn ein URS auf dem Boden befindliche Personen stürzt, ein URS knapp über dem Boden fliegt, ein URS mit anderen Luftraumnutzern kollidiert oder ein URS mit Hindernissen kollidiert. Dazu frage ich mal mein Handy, was überhaupt Luftrisiko bedeutet. Aha. Dann kann es nur das hier sein. Richtig, das war einfach. Welche Aussage über das Verhältnis zwischen der Wellenlänge und der Frequenz einer elektromagnetischen Welle ist korrekt? Oh Gott. Die Frequenz ist umgekehrt proportional zur Wellenlänge. Je höher die Frequenz, desto größer die Wellenlänge. Je größer die Wellenlänge, desto instabiler ist die Frequenz. Die Frequenz ist direkt proportional zur Wellenlänge. Ich glaube, das hatte ich mal in der Schule, aber da zippe ich mich jetzt durch. Okay, das war es nicht. Nochmal nicht. Ah, Volltreffer. Die Frequenz ist also umgekehrt proportional zur Wellenlänge. Wieder was gelernt. So, hoffentlich kommt jetzt mal was leichteres. Welche Antwortoption bezeichnet ausschließlich Flugmodi eines URS? Okay, manuell und stabilisiert, das kann sein. Autonom und Pitch. Pitch ist ja kein Flugmodi. Addi und Roll, auch kein Flugmodus. Das System zur Ausfallsicherheit, Failsafe, beinhaltet ein oder mehrere Sicherheitsmanöver. Wer kann diese Manöver unter anderem einleiten? Ecke. Passanten? Nee. Hersteller? Nee. Fernpiloten? Ja. Fluglotsen? Nö. Also Nummer 3. Sehr schön. Welche Aussage über das Geofensystem ist richtig? Da habe ich gerade mal drüber gelesen. Ein URS kann ohne Probleme innerhalb des Geofens gestartet werden. Die Koordinaten des Geofens können nur vom Hersteller festgelegt werden. Auch nicht. Der Geofens ist eine virtuelle Grenze, die durch Koordinaten festgelegt wird. Oder wenn das URS den Geofens überfliegt, wird die Landung automatisch an der aktuellen Position eingeleitet. Das wäre zu gefährlich. Also wieder die Nummer 3. Jipp. Was sind personenbezogene Daten? Daten, die sich auf ein Unternehmen oder eine öffentliche Einrichtung beziehen? Nee. Eine Landschaftsaufnahme, auf der niemand zu sehen ist? Bilder von einem Privathaus? Schon eher Daten, die sich auf eine identifizierbare, natürliche Person beziehen? Also D. Welche Bereiche eines Luftraums können den URS-Flug rechtlich einschränken? Wälder und Gebirge? Nee. Kontrollzonen und Naturschutzgebiete? Ja. Brauche ich eigentlich gar nicht weiterlesen. Richtig. Was ist Ihre Pflicht als Fernpilotin? Die Komfortzone zu verlassen und Neues zu wagen? Yay. Risiken zu erkennen und diese so weit wie möglich zu minimieren? Klingt schon mal logisch. Grenzen auszutesten und kontrolliert zu überschreiten? Risiken bewusst einzugehen und diese versuchen zu bewältigen? Also einiges andere würde vielleicht auf mich zutreffen, aber ich entscheide mich zu Nummer 2. B. Wer ist dafür verantwortlich, das Betriebsumfeld zu beachten, auf Hindernisse zu überprüfen und festzustellen, ob unbeteiligte Personen anwesend sind? Die Luftfahrtbehörde, der Hersteller, der Fernpilot oder der UAS-Betreiber. In dem Fall nicht der, dem die Drohne gehört, sondern der, der fliegt, also der Fernpilot. Wunderbar. Wie nah darf ein UAS der Klasse C4 an unbeteiligte Personen heranfliegen? Das habe ich gerade gemacht, den Film dazu. Na mal gucken. Außer mir darf sich niemand in einem Umkreis von 500 Meter aufhalten. Das erscheint mir ein bisschen sehr weit. Es muss ein Sicherheitsabstand von mindestens 30 Meter eingehalten werden. Es darf über einzelne unbeteiligte Personen betrieben werden. Nein. Also muss es eigentlich D sein. Der Betrieb darf keine unbeteiligten Personen gefährden. Ein entsprechend großer Sicherheitsabstand ist einzuhalten. Das klingt für mich am plausibelsten. Also D. Richtig. Eine Menschenansammlung kann als eine Vielzahl von Menschen aufgefasst werden, die aus mindestens 25 Personen besteht, wobei sich jede Person problemlos in alle Richtungen aus dieser Menge entfernen kann, so dicht gedrängt stehen, dass es einer einzelnen Person nahezu unmöglich ist, sich aus dieser Menge zu entfernen. Ja, klingt gut. Während des Fluges fällt Ihnen auf, dass ein anderes UAS in Ihrer Nähe scheinbar Probleme im Flug hat. Wie sollten Sie reagieren? Zur späteren Analyse filme ich das UAS, wenn möglich. Ich beachte das andere UAS nicht und fliege weiter. Machen bestimmt einige. Zur Kollisionsvermeidung verlasse ich den Bereich und lande mein UAS. Ja, das würde ich wahrscheinlich machen. Ich bestehe auf mein Vorflugrecht. Also, na gut, okay, wieder A, B, C. Siebzehnte Frage. Welche der folgenden Antworten gibt am vollständigsten wieder, welche Aufgaben in der Verantwortung einer Luftfahrtbehörde liegen? Also die Fragen, wo nur eins in Frage kommt, finde ich ja leichter. Erstens Abnahme der UAS-Theorieprüfung. Warte, die Luftfahrtbehörde. Anbieten eines Registriersystems für unbemannte Luftfahrzeuge. Aufsicht und Kontrolle von Luftfahrzeugen oberhalb des eigenen Territoriums. Ja. Bereitstellen eines Online-Kurses zur Erlangung einer Fernpilotenlizenz. Also die drei auf jeden Fall. Also fällt B schon mal aus. Ich habe keine Geduld, also klicke ich jetzt alles an. Nummer eins, schon mal falsch. B schließe ich aus. C falsch, also D. Der Begriff Security bedeutet Schutz vor Rechtsvorschriften außereuropäischer Staaten, vorsätzlichen Beeinträchtigungen, zufälligen ungewollten Beeinträchtigungen oder durch technische Defekte entstandene Kosten. Keine Ahnung. C vielleicht? Ne. Dann vorsätzliche Beeinträchtigungen. Ah ja. Welche Aussage über die Nachtsichtfähigkeit des menschlichen Auges ist korrekt? Entfernung einzelner Lichter vor dunklem Hintergrund lassen sich leicht unterscheiden. Die Adaption an die Dunkelheit ist nach drei bis fünf Minuten abgeschlossen. Grüne Lichter werden heller wahrgenommen und erscheinen näher. Oder rote Lichter werden heller wahrgenommen und erscheinen entfernter. Grün klingt eigentlich ganz gut. Ah, letzte Frage. Eine nicht normale Situation, abnormal Situation, liegt vor, wenn die Steuerbarkeit eines URS durch unvorhersehbare Gründe beeinträchtigt wird, die Situation im AMC als solche ausgewiesen ist, AMC, ein Unfall mit dem URS aufgrund von Kontrollverlust unausweichlich ist oder unbeteiligte Personen durch einen unmittelbar drohenden Unfall gefährdet sind. Ah, wie unvorhersehbare Gründe. Klingt gut. Okay, so. Alles richtig? Wie viele Fehler hatte ich denn? Ich glaube, ich hatte fünf Fehler. Damit hätte ich es eigentlich gerade so geschafft. So, dann klicke ich mal auf Abgeben. Training beenden. Möchten die das Training wirklich abgeben? Verbleibende Zeit circa 13 Minuten 50. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Sie haben sich erfolgreich qualifiziert. Yay! Na gut, okay. Registrieren Sie sich jetzt zur Prüfung für den Nachweis für Fernpiloten. Dann drücke ich also auf Registrieren und melde mich an. Prüfung ablegen. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben das Online-Training erfolgreich absolviert. Klicken Sie hier, um die theoretische Prüfung für den EU-Kompetenznachweis A1, A3 abzulegen. Ich bin bereit. Also Prüfung starten. Wie wir sehen, haben wir jetzt 40 Fragen und dafür 45 Minuten Zeit. Die Zeit läuft zwar schon, aber ich hole mir erstmal einen Kaffee und noch einen Lebkuchen. Dann geht's bald. So, die Prüfung werde ich natürlich nicht zeigen, sondern nur, was uns jetzt hier erwartet. Im Prinzip sind die Fragen genauso leicht oder schwer wie eben. Teilweise können das sogar dieselben sein. Also pro Frage etwas mehr als eine Minute. Und wir sehen diesmal nicht, ob wir die Fragen richtig beantwortet haben, denn die Häkchen auf der linken Seite werden jetzt nicht grün oder rot dargestellt. Wir sehen also erst am Ende, ob wir bestanden haben oder nicht. Aber selbst wenn wir nicht gleich bestehen, können wir diese Prüfung so oft wiederholen, wie wir wollen. Es können übrigens auch Fragen auftauchen, die auf eine Anlage bezogen sind. Diese Anlage finden wir dann ganz oben links. Mal sehen, wie lange ich brauche. Und vor allem, ob ich es beim ersten Mal gleich schaffe. Im Prinzip darf man sich ja 10 Fehler erlauben. Das sollte doch machbar sein. Vor dem großen EU-Fernpilotenzeugnis A2 habe ich echt richtig Respekt. Denn da habe ich mir schon einige Fragen angesehen. Wie und wo ich diese Online-Prüfung ablege, zeige ich euch natürlich auch bald. Ich will aber erstmal eine Prüfstelle finden, die nicht allzu teuer ist und das gleichzeitig verständlich rüberbringt. Na mal sehen. Ich habe alle Fragen nach bestem Wissen beantwortet. Dann gebe ich die Prüfung jetzt ab. So, jetzt seid ihr dran. Zumindest diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr euch so angestellt habt. Ich fange schon bald mit dem nächsten Film an. Also bis dahin. Und wenn euch der Film gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Macht's gut. Bye-bye. Leider habe ich meine ID-Nummer immer noch nicht. Hm. Mist.